Der Start ist Glück, die Jungs sind unterwegs. 400 Meter auch immer eine Frage der Renneinteilung mit richtigem Vorscheinangang auf den ersten 100 Meter. Hier der Johannes unterwegs. Wir sind gespannt, ob er es stehen kann in der zweiten Runde. Jetzt nach der Kurve dürfen sie rein auf die Innenbahn. Das klappt super hier beim Johannes Durchgangszeit. Unter 25 Sekunden für die erste Runde, nämlich 24.13. Und da kommt der Darius Schauer, er geht jetzt rein mit seinem Begleitläufer auf Bahn 1. Johannes kämpft jetzt die letzten 100 Meter für Johannes Wohdel aus Cottbus. Und jetzt braucht er unsere Hilfe auf die letzten Metern. Für mich hat er die Durchgangszeit und er kämpft sich ins Ziel mit einer starken...